Das verschwundene Haustier Lena saß in ihrem Zimmer und starrte auf den leeren Käfig. Wo konnte Miko nur sein? Der kleine graue Kanarienvogel war nicht nur ihr Haustier, sondern auch ihr täglicher Begleiter, ihr kleiner Freund, der ihr Lieder sang und sie aufmunterte, wenn sie sich traurig fühlte. Vor zwei Tagen war sie nach Hause gekommen und hatte festgestellt, dass die Tür des Käfigs offen stand und Miko verschwunden war. Sie konnte sich nicht erklären, wie das passiert war. Sie hatte immer darauf geachtet, den Käfig ordnungsgemäß zu verschließen. Sofort hatte sie das ganze Haus durchsucht, in der Hoffnung, Miko zu finden. Aber er war nirgendwo zu finden. Sie hatte Plakate im ganzen Viertel aufgehängt, eine Anzeige in der Lokalzeitung geschaltet und in den sozialen Medien Nachhilfe gesucht. Am nächsten Tag klingelte ihr Telefon. Es war Frau Müller, eine alte Dame aus der Nachbarschaft. Ich glaube, ich habe deinen Vogel gesehen, sagte sie aufgeregt. Er saß auf dem Ast eines Baumes in meinem Garten und sang sein kleines Herz heraus. Lena eilte sofort zu Frau Müller. Sie blickte auf den Baum, aber Miko war nicht mehr da. Frau Müller versicherte ihr jedoch, dass es definitiv Miko war. Sie hatte sein fröhliches Zwitschern erkannt und ihn sogar mit einigen Samen gelockt. Aber bevor Lena ankam, war er wieder weggeflogen. Lena war am Boden zerstört. Sie wusste, dass Miko vielleicht nie zurückkommen würde. Aber tief in ihrem Herzen hatte sie die Hoffnung nicht aufgegeben. In den nächsten Tagen sah sie ständig Vögel und hoffte jedes Mal, dass es Miko war. Sie legte Samen auf ihren Balkon und spielte Mikos Lieblingslieder in der Hoffnung, ihn anzuloppen. Eines Morgens, als sie gerade aufwachte, hörte sie ein vertrautes Zwitschern. Sie sprang aus dem Bett und eilte zum Balkon. Dort saß Miko, fröhlich zwitschernd und offensichtlich wohlbehalten. Lena konnte ihr Glück kaum fassen. Sie nahm Miko vorsichtig in ihre Hand und setzte ihn in seinen Käfig. Sie war so erleichtert und dankbar, dass ihr kleiner Freund wieder bei ihr war. Sie wusste nicht, wo Miko in den letzten Tagen gewesen war oder was er erlebt hatte. Aber es war ihr egal. Alles, was zählte, war, dass er wieder bei ihr war. In den folgenden Wochen kümmerte sich Lena besonders liebevoll um Miko. Sie kaufte ihm neue Spielsachen und Leckereien und verbrachte jede freie Minute mit ihm. Sie hatte erkannt, wie wichtig es war, die Dinge, die man liebt, zu schätzen und gut auf sie aufzupassen. Und Miko? Er schien glücklicher denn je zu sein. Er sang jeden Tag seine Lieder, und Lena konnte fühlen, dass er ihr auf seine eigene kleine Art dankte. Sie wusste, dass sie eine besondere Verbindung zu ihrem kleinen Freund hatte und dass sie diese niemals für selbstverständlich halten würde. Ein Tag ohne Technologie Morgens, als Tim aufwachte, bemerkte er, dass sein Wecker nicht geklingelt hatte. Müde rieb er sich die Augen und griff nach seinem Smartphone, um die Uhrzeit zu überprüfen. Aber das Gerät reagierte nicht. Er steckte es an das Ladegerät, doch es zeigte keine Anzeichen von Leben. Verwirrt ging er ins Wohnzimmer. Er versuchte, den Fernseher einzuschalten, aber auch hier passierte nichts. Selbst das Licht funktionierte nicht. Ein kurzer Blick aus dem Fenster bestätigte seine Vermutungen, die ganze Straße war dunkel. Tim ging in die Küche und versuchte, den Wasserkocher für seinen morgendlichen Kaffee anzustellen, aber auch dieses Gerät blieb stumm. Es schien, als ob die gesamte Technologie in seinem Leben plötzlich ihren Geist aufgegeben hätte. Anstatt jedoch in Panik zu geraten, beschloss Tim, diese unerwartete technologiefreie Zeit zu nutzen. Er zog seine Laufschuhe an und lief durch den nahegelegenen Park, etwas, das er seit Monaten nicht mehr getan hatte. Die Vögel zwitscherten, und die frische Morgenluft fühlte sich belebend an. Nach seiner Rückkehr machte er sich Frühstück ganz ohne Toaster oder Mikrowelle. Er las ein Buch, das er vor langer Zeit begonnen, aber nie beendet hatte. Ohne die ständigen Ablenkungen durch E-Mails, Nachrichten oder soziale Medien konnte er sich endlich auf die Geschichte konzentrieren. Am Nachmittag beschloss er, einen Freund zu besuchen. Da sein Navigationsgeräte nicht funktionierte, musste er sich auf sein Gedächtnis und Straßenschilder verlassen. Es war wie ein kleines Abenteuer, und er fühlte sich wie ein Entdecker. Bei seinem Freund angekommen, saßen sie auf dem Balkon, tranken Tee und führten tiefgreifende Gespräche ganz ohne ständig auf ihre Smartphones zu schauen. Es war, als ob sie sich nach langer Zeit wieder wirklich sahen und hörten. Am Abend, als Tim nach Hause zurückkehrte, bemerkte er, dass die Lichter in der Straße wieder brannten. Seine Geräte funktionierten wieder. Die Technologie war zurück. Aber statt sich sofort vor den Computer zu setzen oder das Fernsehen einzuschalten, zündete er Kerzen an und legte sich mit einem Buch auf das Sofa. Dieser Tag ohne Technologie hatte ihm gezeigt, wie sehr er sich von der digitalen Welt abhängig gemacht hatte und wie viele einfache Freuden er verpasst hatte. Er beschloss, sich öfter solche technologiefreuen Tage zu gönnen, um sich selbst und die Welt um ihn herum besser wahrzunehmen. Es war eine unerwartete Lektion, aber eine, die er nicht so schnell vergessen würde.